Und den Tag in Warschau hat heute begleitet ARD-Korrespondent Olaf Bock. Mit dem sind wir jetzt verbunden. Ich grüße Sie in die polnische Hauptstadt. Herr Bock, gleich die Frage, welchen Stellenwert hat dieses Erinnern, dieser Tag in der polnischen Erinnerungskultur? Nun, ich glaube, diese Dimension des Erinnerns habe ich jetzt selbst vor einer Stunde verspürt, als um genau 17 Uhr in der ganzen Stadt die Sirenen geheult haben, die Menschen aus den Autos ausgestiegen sind und auch Konzerte gemacht haben und ruhig gestanden sind, um diesen Beginn des Warschauaufstands zu gedenken. Und es ist ein Moment des Inhaltens. Es wurde auch die Nationalhymne gesungen. Und an verschiedenen Orten der Stadt sind dann natürlich auch die Politiker, sprich der Präsident Duda und der Ministerpräsident und eben auch viele Gäste und vor allen Dingen auch die überlebenden Veteranen dieses Warschauaufstands eben vertreten. Das wird hier sehr intensiv begangen, weil es ein Moment ist, wo der Freiheitswillen des polnischen Volkes wahr geworden ist. Das heißt, wir haben ja hier einen Moment gehabt vor 75 Jahren, als dieser Warschauaufstand begann, wo sich eine vergleichsweise kleine sogenannte Heimatarmee mit 40.000 Menschen den militärisch überlegenen Deutschen entgegengestellt hat, den Besatzern. Und dort wurde dieser Aufstand dann eben nach 63 Tagen blutig niedergeschlagen. Es gab auch Massaker. Heute war der deutsche Außenminister Heiko Maas mit seinem Amtskollegen Czaputowicz auch in Wohler. In diesem Stadtteil haben die Deutschen, sage ich mal, gewütet. Auch die SS hat dort Massenexekutionen durchgeführt und allein dort sind um die 30.000 bis 50.000 Menschen umgekommen. Und insgesamt sind nach Ende dieses Warschauaufstands etwa 200.000 Menschen getötet worden. Und viele, viele Menschen davon waren Zivilisten. Also dieser Tag hat sich eingebrannt in das Geschichtsbewusstsein der Polen. Und es ist ein wichtiger Tag, weil er ihnen eben zeigt, wir Polen haben den Freiheitswillen und sie haben aufbegehrt. Und in Deutschland wird dieser Tag immer noch nicht so richtig gut verstanden. Nach 15 Jahren kommt das erste Mal wieder ein ranghoher deutscher Vertreter, der Außenminister. Wie kommt dieses Signal in Warschau an? Das ist schon eine sehr besondere Geste, dass er eingeladen wurde. Also Gerhard Schröder war mal hier, das ist eben 15 Jahre her. Und ich habe den Eindruck, dass er hier sehr willkommen gewesen ist bei diesem Besuch. Es gab intensive Gespräche mit seinem Amtskollegen Czaputowicz. Aber er wurde auch direkt zu Beginn zu einer Begegnung mit dem polnischen Präsidenten eingeladen. Und was man gehört hat, hat diese Begegnung beispielsweise deutlich länger gedauert, als das Protokoll ursprünglich geplant hatte. Also das ist ein deutliches Signal, dass dieser Besuch hier sehr positiv gesehen wurde, dass es als Geste der Deutschen gesehen wird, dass er hier teilnimmt. Und wir haben ja eben den Film auch schon entnommen. Ich finde, Herr Maas hat sich auch sehr diplomatisch geäußert, und hat sich auch sehr persönlich betroffen geäußert zu den Dingen, die er ja aus seiner eigenen Geschichte nicht erlebt hat. Er ist ja auch ein Nachgeborener, aber er hat mit vielen Menschen hier gesprochen, auch mit Überlebenden. Und heute gab es noch in Wohler in dem Museum des Warschauer Aufstands ein Gespräch mit deutschen und polnischen Jugendlichen. Und da wurde auch eben über Geschichtsprojekte gesprochen, die beide Länder verbinden, wo eben Geschichte diskutiert wird, um eben auch Gemeinsamkeiten zu schaffen für eine Zukunft. Sie beobachten jeden Tag das deutsch-polnische Verhältnis, das ja nicht unkompliziert ist aus der polnischen Perspektive. Was können Sie an Signalen für Entkrampfung beobachten vor Ort? Nun, ich habe den Eindruck, dass die Tatsache, dass Außenminister Maas hier bei diesem Anlass dabei war, Sie haben das Wort Entkrampfung verwendet, dass es eben, sage ich mal, ein gemeinsames Verhältnis, ein gemeinsames Betrachten auch der historischen Gegebenheiten gibt in Bezug auf die Grausamkeiten, die Nazi-Deutschland hier in Polen angerichtet hat. Auf der anderen Seite bleiben natürlich viele offene Fragen in der Diskussion, die dann aber nicht nur speziell auf Deutschland, sondern sich eben auch Richtung Europa richten. Ich sage mal als Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Auch eine Frage, die dann wiederum Richtung Deutschland geht, ist eben die Frage nach Reparationen. Das wurde hier offiziell nicht diskutiert, aber es gibt im Parlament eben einen Bericht, der dort ausgearbeitet wird und der soll, so wie wir hören, hier nach Ende der Parlamentswahlen dann vorgelegt werden. Aber Außenminister Maas hat ja in diesem Thema auch nochmal gesagt, juristisch ist dieses Thema abgeschlossen. Ja, also insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Tatsache, dass er hier war, ein wichtiges Signal ist für die Verständigung beider Völker, auch von den Gegebenheiten des historischen Grauens, das die beiden Länder teilweise auch miteinander verbindet. Herr Bock, letzter Punkt. Sie haben Europa als Stichwort aufgerufen. Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nicht zuletzt auch Stimmen von Peace-Abgeordneten, bekommen. Was kann sich ändern mit ihr dann an der Spitze Anfang November in diesem Verhältnis Brüssel-Barschau? Nun, sie hat ja nach ihrer Frankreich-Reise direkt eine Reise nach Polen angetreten. Das wurde hier sehr wohlwollend aufgenommen. Es gab ein Gespräch mit Ministerpräsident Morawiecki. Dort wurden natürlich auch zunächst auch die Gemeinsamkeiten thematisiert. Ich habe den Eindruck, dass, ja, Sie hatten es angesprochen, die Peace hat da schon mitgestimmt, dass sie es werden kann. Wohlwollend wird auf sie geblickt, da sie ja aus Sicht der Polen eben auch die christlichen Werte vertritt, mehrfache Mutter ist. Also nationale Gedanken und Christliches, das spielt sicherlich immer eine Rolle. Die Polen haben ja eine Vorstellung, was die Zukunft Europas angeht, die eben auch, naja, die Prägung in Richtung bestimmter nationaler Interessen andeutet. Es wurde aber eben auch klar gesprochen, dass die Wirtschaft auch einer der zentralen Faktoren ist. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dies hier ein kontroverser Besuch gewesen ist von von der Leyen, noch bevor sie sozusagen jetzt im Amt ist. Aber ich habe den Eindruck, dass die Hoffnung der Polen in Bezug auf Frau von der Leyen ist, dass sie die Nationalstaatlichkeit und die nationalen Interessen Polens im Europäischen Haus berücksichtigt. Ganz herzlichen Dank, Olaf Bock, für Ihre Einschätzung heute Abend hier bei Phoenix. Dankeschön, Grüße. Gerne.